Musik 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 Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy u Rafaela na bazie 9 cywilizacji. Przybyło przyglądać się i zapraszamy do oczyszczenia chipów programów. To jest Paweł, hasło Sandra. I do laboratorium zapraszamy Halina, hasło Sowa. Zapraszamy do oczyszczenia z programów. Pierw jest Paweł. P-A. P-A. W-E-L. W-E-L. Ok. Gut, das ist ein grün-oranżna planet. Zielono-pomarańczowa planeta się ukazała. Jedna cywilizacja tam doświadcza. Doświadczają wszystkie negatywne, pozytywne, neutra. 14 galaktyk oddziela tę planetę od drogi mlecznej. Ukazał się na stole kryształowym. Mocniej podniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty. Quadratowy chip po prawej stronie mózgu ściągnięty. Aktywny. Program stwarza sytuacje stresowe i problemy. Owalny chip ściągnięty. Nie jest aktywny. Sześciokątny chip ściągnięty. Program zaczął się kłączać. I potrzebuje zmiany genetyczne. Ośmiokątny chip ściągnięty. Program ruchowy ma. I stwarza stany lękowe. Trójkąt ściągnięty. Trójkąt ściągnięty. Nie jest aktywny. Sześciokątny chip po lewej stronie mózgu. Nie jest aktywny. Trójkąt ściągnięty. Program zaczął się włączać. I wzmacnia bóle cielesne. Owalny chip ściągnięty. Program ruchowy ma. Zagrucza sen. Mały okrągły chip ściągnięty. Nie jest aktywny. Na oczach nie ma nic. Trójkąt ściągnięty. Program zaczął się włączać. I osłabia system immunologiczny. Okrągły chip z karku ściągnięty. Nie jest aktywny. Na oczach nie ma nic. Na rękach nie ma nic. Mały okrągły chip serca ściągnięty. Aktywny. I tworzy skurcze mieści na plecach. Na rękach nie ma nic. Na oczach nie ma nic. Na wątrobie nie ma nic. Trójkąt ściągnięty. Nie jest aktywny. Na oczach nie ma nic. Na lękach nie ma nic. Na lekarze nie ma nic. Na pechażu nie ma nic. Na okrągły chip z prostaty ściągnięty. Nie jest aktywny. Die Boden ist frei, die Hüfte ist frei, die Uberschenkel ist frei, auf dem linken Knie liegt noch ein Dreieckigartschirm, das ist nicht aktiv, bis runter zu der Fußzehn ist frei. Hier Raphael hat nichts mehr gefunden, jetzt schauen wir uns die Aura an, die Aura ist von außen mehr, geschwächtig von innen. Die Aura ist wieder komplett, jetzt gibt es einen Planeten. Und die Planeten-Aura ist total lieblich, freudlich. Sie sitzt auf der Stelle, ist entspannendlich, fühlt sich. Jetzt weiß ich, dass es sich neutralisiert wird, weil er muss sich zurückziehen. Er muss sich neutralisiert werden. Jetzt ist er einfach nur noch positive Energie. Jetzt kommt auf uns alle zu, bedankt sich. Sie kommt auf die ganze Gruppe, schlägt bedankt, schlägt sich. Sie schlägt sich in der Portal. Wir freuen uns, dass wir uns wiederholfen haben. Die nächste Person hat sich nicht vergessen. Wir bitten wir uns zum Laboratorium. Halina. Simone Wieser-Rudek schlägt. H.A. H.A. L.I. H.A. 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 Dann wieder einmal wieder ein. Jetzt sieht man die muskulatur. Die komplett rücken und nacken muskulatur. Dann wieder einmal wieder ein. Das ist die Blasenmuskulatur. 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 Das sind 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 die Blasenmuskulatur. Jetzt sieht man den Herz-Kreis, das sind jetzt neun Teile. Jetzt ist ein Teil von der Brünchen. Das ist ein Teil von der Brünchen. Jetzt sind zwei Teile von der Brünchen. Jetzt ist der komplett in der Brünchen. Jetzt ist der Magen. Jetzt sind drei Teile von der Brünchen. Ja in jeder Seite zwei Teile von der Brünchen. Die Nervenkarten sind nur noch ein Teil der Gewehrmutter. Die Mäcien sind nur noch ein Teil der Gewehrmutter. Die Nervenkarten sind nur noch ein Teil der Nervenkarten. Die Nervenkarten sind nur noch ein Teil der Nervenkarten. Die Nervenkarten sind nur noch ein Teil der Nervenkarten. Sie sitzt gerade aus, bedankt sich bei allen, ist sehr gut. Und er hat sich in den Portalen. Wir freuen uns, wenn wir uns. Dann bekommen wir Hilfe von Rafaela im Laboratorium. Bis zum nächsten Mal.